Das war eine falsche Note. Ist das ein Verbrechen? Nein. Aber Mord ist eins. Sie lieben das Rampenlicht. Sie können sich nicht mal zurücklegen und heraushalten, oder? Als Sie erfuhren, dass es Mordermittlungen geben würde, platzierten Sie die Schlange, um Curtis mit hineinzuziehen. Der Schachzug erinnert an Ihre Songschreiberei. Dreist und inspiriert. Blub. Sie waren so unbedarft, dass Sie nicht mal Ihre Fingerabdrücke von der Garderobenwur gewischt haben, als Sie die Zeit verstellt haben. Das stimmt. Dass Ihre klebrigen Finger hier überall drauf waren. Ich habe überhaupt kein Album gekriegt. Und was habt ihr gekriegt? Du wirst sogar noch viel mehr kriegen. Was? Das! Das hatte ich schon seit Jahren vorher. Gibt es irgendjemanden, die dabei sind, den Sie leiden können? Die ganze Welt wird sich an mich erinnern. Das ist eine Story. Sie haben den Sänger und den Softschreiber. Einer ist tot, einer ist ein Kinder. Ich will eine Legende! Ich kenne mich da nicht aus. Sie sind doch nur der Bassist?